So, da sind wir auch wieder zurück bei Donkey Kong 64. Ja, wir haben jetzt die Sniper-Funktion beim letzten Mal gekommen, was uns natürlich alles etwa einfacher macht, sprich bei Deli und bei Chunky, aber, 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 ich werde mir jetzt die letzten Bananen krallen und werde da zum Boss gehen. Und dann vielleicht noch zum Ende, wenn ich jetzt Bananen noch brauche, da ich weiß, dass ich noch ein paar kriegen werde, zwei auf jeden Fall, da unten werde ich auch noch ein paar kriegen, ähm, sie mir auf jeden Fall holen, boah, nicht so dumm, naja, das waren die letzten, würde ich sagen, werden wir es jetzt versuchen. Und Schweinchen auffüttern. Ja, give me some more Bananas. Ich denke mal, dass wir mit Didi kämpfen werden, deswegen werde ich Didi als letztes nehmen. Ah, ich habe jetzt mal ein guter Schwung. Wir haben doch relativ mit allen viel gesammelt. Aber ja, wir haben immer mal fünf, haben wir fünf? Ja, wir haben fünf Donkey Kongs. Oh, schon ganz so hier drin. Also mit jedem 80 zu sammeln, eigentlich relativ, es ging jetzt, also hätte ich jetzt nicht das gefunden, wäre es für ein bisschen schwierig geworden. im band zu finden aber ich glaube jetzt auch irgendwo aufgetrieben auch 90 stück etwa wenigstens doch die die 185 vielleicht hat er den junk jetzt seit 90 junk hat jetzt 80 der hätte es am niedrigsten abgegeben und er hat sozusagen sein sold erfüllt was ich in bananen brauchte 83 ja gut ich glaube ich werde auch sogar 85 geworden hätte ich jetzt alle gab zumindest die auf dem weg war das heißt jetzt nur noch drüber oder besser als Junkie 55 Uhr da ist der Öltäter der Sündigte aber wir haben es ja geschafft drei bananen die noch übrig sind ich bin ganz stark zu die die den Tieren die 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 Tieren Lanky Lanky ist dran ok sag bitte nicht ich will nicht dass hier dieser komische Fisch noch mal wieder kommt ich gucke mir mal rein ich gucke mir mal rein vielleicht ist der Boss jetzt auch nicht so schwer aber ich brauche das bitte nicht die Kugel für Schäden das war der eine der nervigsten Bosse die ich hatte nur die dann Headbanging da der eine stampft auf dem Boden ach der klopft auf irgendwas rum aber auch was jetzt das ihr King King K.Roll ich möchte nicht verurteilen ich möchte nicht verurteilen was dieser Boss kann ich verurteile das Spiel gar nicht das gibt mir keinen Sinn nein ich werde nicht sagen fünf Leben ich werde nicht verurteilen ich möchte mich entschuldigen ich werde nicht verurteilen ich werde nicht mehr so schlecht zu sein nein der ist der Falsche er ist der Richtige Ja, das ist der falsche. Ich verurteile den Post gar nicht hier. Nein, der ist es nicht. Der. Der ist da. Okay. Okay, Gegner ist ein bisschen komisch. Ach, wir müssen wieder mit Lenke starten. Ja, ist gut. Wollen wir mal? Wollen wir mal? Wollen wir mal? Wollen wir mal? Ähm, ehrlich. Dummheit und Nichtwissen. Äh, haben wir ein paar Donkikums verloren. Ich muss echt sagen, es geht mir sicher. Komisch. Gut. Hier ist es. Ne, da. Sag mal, er ist jetzt, ja ist wirklich der. nerviger post das gibt uns kopf der erste haben wir daraus hier schnell da ist der falsche er ist der richtiger wackel 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 Oh, wow. Was ist das jetzt bitte? Oh, wir haben es geschafft. Wow. Und jetzt sterben wir an dem Scheißding bestimmt. Oh, wir sind voll. Ich dachte schon hier. Weg. Wenn wir einen Schlüssel für mich alleine haben. Teil nicht. Den bringen wir auf jeden Fall noch weg. Ja, natürlich. Ja, das ging nur noch gut, würde ich sagen. Das ist ja noch gut verlaufen. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir noch ein paar Bananen da haben. Sei es in dem Ding drin. Oder... Wo wir gerade zuletzt waren, da waren ja auch noch dieser für jeden was. Inzwischen auch noch. Coolen Stuff. Wo kommen wir raus, dass er vielleicht... Ah, wir kommen hier raus, nice. Ist das jetzt der letzte Schlüssel? Ich frage mich gerade. Naja, gibt's glaube ich 9. Nein? Müsst du auch gewesen sein, noch nicht. 2... 4... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 7... Jetzt müsste sich das Maul öffnen, ne? Ja... Dann bleibt's auch bei... Ja, ein Schloss fehlt noch. Alles klar. Dann würde ich sagen, ich tue ja saven. Okay. Und würde sagen, es hat euch die Art gefallen. Bis dahin. Euer Flashdoter. Nicht vergessen. Daumen hoch. Oder Daumen runter. Je nachdem, wie es euch gefallen hat. Und nicht vergessen, abonnieren und favorisieren. Wenn ihr Bock habt, sogar zu teilen. Bis dahin. Euer Flashdoter. Und tschüss.